Herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir schauen uns heute ganz kurz den Totschlag und die Tötung auf Verlangen nach §212 bzw. §216 an. Und zunächst einmal zu der Systematik der Tötungsdelikte, die hatte ich im letzten Video ausgelassen. Ihr wisst aber aus meinem Strafrecht-AT-Video zu der Teilnahme am Mord, dass der BGH die §211, §212 und §216, die sieht er isoliert. Also das sind alles eigenständige Straftatbestände. Und die herrschende Lehre, die sieht den §212 als den Grundtatbestand an und der Mord ist die Qualifikation zum Totschlag und der §216 ist eine Privilegierung. Dementsprechend müsste man konsequenterweise in der Klausur schon im ersten Obersatz zeigen, ob man der herrschenden Lehre oder dem BGH folgen möchte, weil wenn zum Beispiel man den Mord nach dem BGH prüft, dann zitiert man §211 StGB und das war's. Wenn man das nach der herrschenden Lehre beurteilen würde, dann würde man §212, §211 StGB schreiben. Und das gleiche auch beim §216. §212, §212, während der BGH einfach nur §216 prüft. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, wenn ihr einfach nur §211 zitiert und später folgt ihr der herrschenden Lehre. Das passiert mir ja nicht täglich, aber ist mir schon häufiger passiert und das gibt aber, also ich hab noch nicht gesehen, dass das einen Punktabzug gibt. Okay, hier seht ihr auch schon, der §213 StGB, der gilt nur für den §212, dazu kommen wir aber gleich noch. Genau, hier ist der Aufbau, der sollte euch eigentlich aus dem, wahrscheinlich aus der ersten Stunde im ersten Semester bekannt sein. Ja, da möchte ich eigentlich gar nicht drauf eingehen. Ah ja, ganz kurz noch auf den §212, da möchte ich beim Wortlaut nochmal darauf hinweisen, dass diese Worte, ohne Mörder zu sein, die sind wegzulassen oder die sind einfach zu ignorieren, weil die kommen aus der NS-Zeit oder so oder davor und jedenfalls müssen die nicht beachtet werden. Genau, das ist ganz herrschende Meinung und das kann man gar nicht anders sehen. Okay, damit kommen wir zu der wichtigsten Übersicht in diesem Video, nämlich, ja, der Unterscheidung des, ja, wann welcher Straftatbestand einschlägig ist. Also, zunächst einmal haben wir ein Kind im Bauche der Mutter. Dieses Kind ist dann eine Leibesfrucht und wenn das Kind irgendwie dann stirbt im Leibe der Mutter, dann kommen lediglich die 218 fortfolgende StGB in Betracht. Dieses Kind wird zu einem Menschen zu dem Zeitpunkt, wenn die Eröffnungswehen einsetzen oder wenn der Kaiserschnitt durchgeführt wird und das bedeutet, wenn die Uterus geöffnet wird, dann wird das Kind oder dann wird die Leibesfrucht vielmehr zu einem Menschen und dann lebt dieser Mensch hoffentlich ein langes und erfülltes Leben bis zum Zeitpunkt des Hirntodes. Also nicht irgendwie Herzstillstand oder, keine Ahnung, solche vegetativen Zustände, was es da alles gibt, Koma, irgendwie sowas, das ist alles nicht tot im Sinne des Strafrechts, sondern der Mensch wird zu einer Leiche im Sinne des Strafrechts beim Hirntod. Und nur beim Hirntod wird der Mensch zur Leiche. Und wenn er dann eine Leiche ist, dann sind auch nicht mehr die 211 fortfolgende einschlägig, sondern primär der 168 StGB. Der relevante Zeitpunkt für die Beurteilung, ob wir beim 218 sind oder beim 212 oder beim 168, ist der Zeitpunkt der Einwirkung auf das Opfer. Schauen wir uns ein Beispiel an. F ist schwanger. Sie erwartet Zwillinge. Der große Tag ist gekommen und M und F sind auf dem Weg ins Krankenhaus. Vater M ist plötzlich nicht mehr so begeistert von Kindern und fährt das Auto vorsätzlich gegen einen Baum, dass der Zwilling 1 stirbt. Die beiden kommen dann noch irgendwie ins Krankenhaus und der M wird dann der Uterus aufgeschnitten, damit der Zwilling 2 geboren wird. Alles verläuft wie geplant. Der Zwilling wird rausgenommen, sage ich mal. Und jetzt sieht der Vater M den Zwilling 2, nimmt es der M aus den Händen und tötet es. Welche Delikte sind hier einschlägig? Natürlich beim Zwilling 1, da sind die 218 fortfolgende einschlägig, weil da war der Zeitpunkt der Eröffnungswehen, beziehungsweise hier vielmehr der Zeitpunkt des Kaiserschnittes, noch nicht eingetreten. Das heißt, dieser Zwilling 1 war noch eine Leibesfrucht und somit sind beim Zwilling 1 nur die 218 FF einschlägig. Okay, bei dem Zwilling 2, da wurde ja der Kaiserschnitt durchgeführt und danach wurde auf den Zwilling 2 eingewirkt. Dann ist beim Zwilling 2 natürlich die Totschlag und Mord sind dort einschlägig. Natürlich könnt ihr auch, wenn ihr jetzt ganz genau sein wollt, könnt ihr auch beim Zwilling 2 möglicherweise einen versuchten Schwangerschaftsabbruch testen, weil der Zwilling 2, der war ja auch noch nicht geboren und der Vater M ist dann vorsätzlich gegen den Baum gefahren. Das heißt, es käme auch ein versuchter Schwangerschaftsabbruch möglicherweise in Betracht bezüglich des Zwillings 2. Wobei ich gerade gesehen habe, dass der 218 nur eine Freiheitsstrafe von, der ist kein Verbrechen, also das ist nur ein Vergehen. Dementsprechend ist die versuchte Schwangerschaftsabbruchung nicht strafbar. Okay, jetzt nochmal ein bisschen ergänzt. Dieser Zeitstrahl wirft die Frage auf bei der Leiche. Also jetzt ist der Mensch, da gab es jetzt den Hirntod, der Mensch ist jetzt eine Leiche und jetzt stellt sich die Frage der Sachqualität der Leiche. Ist der Körper eine Sache? Kann man, wenn da der M gestorben ist, kann ich den wegnehmen und verwirkliche ich damit den Diebstahl oder nicht? Hier müsst ihr wissen, dass der Grundsatz gilt, dass Leichen keine Sachen sind wegen des postmortalen Persönlichkeitsrechts. Dann gibt es aber eine Ausnahme, wenn die Leiche für wissenschaftliche Zwecke oder Ausstellungen verwendet wird. Dann ist die Leiche eine Sache und wenn ich dann auf diese Ausstellung gehe, da gab es ja diese Körperweltenausstellung, das war bei Grundrechten, ja, und wenn ich da dann eine Leiche wegnehme, dann kommt der Diebstahl in Betracht. Genau, dann noch abgetrennte Körperteile. Die sind auch Sachen, Punkt. Jetzt gibt es im Zivilrecht, also nicht im Strafrecht, oder im Strafrecht ist es strittig. Im Zivilrecht gibt es aber die Ausnahme, dass wenn die Sache bestimmt ist für die Bewahrung von Körperfunktionen oder wenn sie wieder eingegliedert wird in den Körper, das heißt bei insbesondere eingefrorenem Sperma oder einer zur Befruchtung entnommenen Eizelle, das sind keine Sachen im Sinne des Zivilrechts. Ob das Sachen im Sinne des Strafrechts sind, ist strittig, wird aber nicht in eurer Strafrechtklausur vorkommen. Ja, super. Dann kommen wir zum 213. Der ist einfach nur für die Klausur irrelevant. Hier aber nochmal der Hinweis, der gilt nur für den Totschlag. Okay. Ah ja, jetzt möchte ich ganz kurz auf diesen Punkt, man muss einen anderen Menschen töten, kommen. 212 sagt, wer einen Menschen tötet, der wird mit einer Freiheitsstrafe nicht unter 5 Jahren bestraft. Hier seht ihr an dem Wortlaut, dass man einen anderen Menschen töten muss. Das heißt, wer ist die Person 1 und ein Menschen, das ist Person 2. Dementsprechend kann man aus dem Gesetzeswortlaut folgern, dass man immer einen anderen Menschen töten muss. Daraus folgt, dass der Suizident, der sich am Ende nicht umbringt, der ist straflos. Also der wird nicht wegen versuchten Totschlags an sich selbst bestraft. Natürlich, wenn der Suizident am Ende tot ist, dann müssen wir gar nicht mehr über eine Bestrafung reden, weil Tote bestraft man nicht oder kann man nicht mehr bestrafen. So. Der versuchte Totschlag an sich selbst ist möglich im Rahmen der Mittäterschaft. Da bin ich auch in meinem Strafrecht-AT-Video drauf eingegangen. Das ist der Fall, wo zwei Leute beispielsweise eine Bank ausrauben möchten. So. Und die haben jetzt im Tatplan vereinbart, jo, wenn uns jemand verfolgt, dann schießen wir auf den. Okay. Das ist der Tatplan. So. Jetzt rauben die die Bank aus, rennen mit dem Diebesgut in Richtung Auto. So. Jetzt denkt der T1, der Täter 1, denkt, oh mein Gott, hinter mir ist ein Polizist, der verfolgt mich und schießt jetzt auf den. Und jetzt ist das in Wahrheit sein Komplize, also der Täter 2. Ja. Dann, jetzt stirbt der Täter 2, der stirbt nicht. In diesem Fall ist der Täter 2 wegen versuchten Totschlags an sich selbst zu bestrafen, weil im Rahmen der Mittäterschaft die Tathandlung des Täters 1 ihm zugerechnet wird. Das ist die sogenannte Gesamtzurechnung. Okay. Einwilligung in den Totschlag ist nicht möglich, weil das StGB das Leben als höchstes Rechtsgut ansieht. Und das ist eine super Argumentation häufig noch in Klausuren, weil ihr könnt hier immer den 216 StGB anführen. Weil im 216 StGB, das ist der Fall, wo das Opfer sagt, bitte töte mich, bitte, bitte, bitte. Das Opfer meint das ernst und will das auch wirklich so. Und in diesem Fall, selbst dann, wenn das Opfer von dem Täter getötet wird, ist der Täter strafbar. Und daran sieht man ja, dass das Leben wirklich das höchste Rechtsgut im StGB ist. Deswegen kann man in den Totschlag auch nicht einwilligen. Also im Rahmen der Rechtswidrigkeit Einwilligung in einen Totschlag oder Mord, das geht nicht. Okay. Das Grundgesetz sieht das natürlich etwas anders, weil ihr wisst ja Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz, genau, das ist das Leben und die körperliche Unversehrtheit, die sind tatsächlich einschränkbar. Und das ergibt ja auch Sinn, weil der Polizist, der möchte ja möglicherweise auf den Geiselnehmer schießen im Rahmen des finalen Rettungsschusses. Okay. Dann der Schwangerschaftsabbruch. Ja, ist nicht klausurrelevant. Lest euch das selbst durch. Man muss halt eine Beratung und sowas in Anspruch nehmen. Wenn das Opfer vergewaltigt wird und dadurch schwanger wird, dann sieht das Gesetz noch Erleichterungen vor. Genau, könnt ihr euch mal durchlesen, ist aber nicht klausurrelevant. Zumindest nicht, wenn ihr nicht den Schwerpunkt genommen habt. Im Schwerpunkt könnte das natürlich relevant werden, im Medizinrecht oder im Strafrecht oder so. Keine Ahnung. Perfekt. Damit kommen wir zu dem 216 StGB. Und der 216 StGB, der ist wirklich klausurrelevant. Der sagt, ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden, so ist auf Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren zu erkennen. Absatz 2 sagt, der Versuch ist strafbar. Okay. Die Voraussetzungen hier sind wie folgt. Wir brauchen ein Verlangen. Dieses Verlangen muss ausdrücklich sein. Es muss ernstlich sein. Und der Täter muss bestimmt worden sein. Okay. Eigentlich möchte ich hier auf diese Voraussetzung, da gibt es natürlich Definitionen zu. Was ist ein Verlangen? Was ist ernstlich? Aber, ja, ich lasse die hier mal weg, weil das könnt ihr, ja, natürlich könntet ihr die auswendig lernen, aber, ja, ich denke, was ausdrücklich bedeutet, ist klar. Also, das muss nicht irgendwie konkludent oder so erfolgen, sondern das muss wirklich gesagt werden oder auf dem Zettel geschrieben werden. Und was ernstlich bedeutet, ja, hier müsst ihr natürlich auch ein bisschen auslegen. Ihr solltet auch überhaupt nicht diese Voraussetzung ganz schnell einfach bejahen. Also, wenn da die O auf der Party ist und vielleicht hat die auch schon ein bisschen getrunken, ein Wir, keine Ahnung, und die sagt jetzt, boah, ich will sterben, naja, das ist natürlich nicht ernstlich. Oder, also, da muss schon ein bisschen mehr kommen, als das so nebenbei auf der Party zu sagen. Okay, dann das Bestimmtwerden und das ist der einzig wichtige Punkt hier beim objektiven Tatbestand. Da möchte ich noch mal ein, zwei Worte zu verlieren, weil der BGH sagt, dass das Opfer die Initiative ergreifen muss. Also, das Opfer muss irgendwie, ja, das muss was machen. Hier das Beispiel, wenn der Täter auf Internetseiten Ausschau nach einem Opfer hält, das sich für eine Schlachtung zur Verfügung stellen möchte, dann ist die Initiative beim T und nicht beim Opfer O. Also, der T, der sucht ja auf den Internetseiten, hey, wer will sich töten lassen, wer möchte bei einer Schlachtung mitmachen, das geht ja vom T aus, der hat hier die Initiative ergriffen und deswegen laut dem BGH liegt dann hier kein Bestimmtwerden vor, wenn sich dann tatsächlich jemand findet für die Schlachtung und der T dann diesen umbringt, dann ist das trotzdem, in diesem Fall war es ein Mord wegen Befriedigung zum Geschlechtstrieb, das hatten wir ja auch schon im letzten Video gesehen. Genau, der subjektive Tatbestand, hier gibt es auch nochmal eine Sache, die ihr gehört haben solltet oder die ihr euch kommentieren solltet und das ist der Paragraf 16 Absatz 2. Den schauen wir uns anhand eines Beispiels an. O ist krebserkrankt und kann nicht reden. Er schreibt der T einen Einkaufszettel. Seine Schrift ist an diesem Tage aber besonders schlecht. T denkt, dass es sich bei dem Einkaufszettel um eine ernsthafte Aufforderung handelt, den O zu töten. T tötet jetzt den O. So, in diesem Fall haben wir eigentlich einen ganz normalen Totschlag. Aber ihr müsst natürlich zunächst einmal den 216 StGB prüfen, weil 216 StGB ist ja spezieller und verdrängt daher den Totschlag. Dementsprechend fangen wir hier mit Paragraf 216 StGB an und prüfen, ob sich der T hier wegen Tötungen auf Verlangen strafbar gemacht hat. Erster Prüfungspunkt, das Verlangen und der O, der wollte ja einen Einkaufszettel schreiben oder hat, ja, oder wollte den schreiben, hat den auch geschrieben, der wollte aber nicht getötet werden. Deswegen fliegen wir jetzt hier beim objektiven Tatbestand eigentlich raus. Hier hilft uns jetzt aber der 16 Absatz 2 StGB der sagt, wer bei Begehung der Tat irrig Umstände annimmt, welche den Tatbestand eines milderen Gesetzes verwirklichen würden, okay, das ist bei uns der Fall, weil die Tötung auf Verlangen ist milder als der Totschlag, der kann wegen vorsätzlicher Begehung nur nach dem milderen Gesetz bestraft werden. Also der kann nur wegen Tötungen auf Verlangen bestraft werden. Das heißt, wir müssen jetzt hier nach der Vorstellung des T oder der T weiterprüfen und die T hat sich hier vorgestellt, dass der O ein Verlangen hatte, die sonstigen Voraussetzungen sind auch gegeben, subjektiver Tatbestand ist auch gegeben und somit macht sich die T hier nur wegen Tötungen auf Verlangen strafbar. Der 216 der sperrt den 212 oder der verdrängt den 212 im Rahmen der Spezialität und somit macht sich die T nur wegen 216 strafbar. Perfekt. Hier noch ein paar allgemeine Hinweise zum Paragrafen 216. Der 216 wie gerade schon gesehen der geht dem 212 vor und ist daher vorrangig zu prüfen. Zweiter Punkt ist der 216 hat eine Sperrwirkung bezüglich des Mordes okay also wenn man nach 216 bestraft wird dann wird man niemals wegen Mordes bestraft okay dann letzter Punkt die Versuchsstrafbarkeit wird ausdrücklich ermöglicht im Absatz 2 von Paragraf 216 StGB Perfekt das war es dann von dem heutigen Video im nächsten Video kommen wir zu dem wirklich sehr komplizierten Thema der Abgrenzung zwischen strafbarer Fremdtötung und strafloser Teilnahme an einer Selbsttötung hier seht ihr die Kontrollfragen und dann sehen wir uns beim nächsten Video Fragen, Kommentare könnt ihr natürlich wieder unten da lassen ihr könnt den Kanal gerne abonnieren und ein Like da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bis dann und dann